Oh, cookinggames.com und Smooshy. Was ist denn Bullshit? Alter. Was ist das für ne Musik? Was ist das für ne Musik? Okay, jetzt sind wir jetzt hier irgendwie Budenbesitzer. Hallo, ich bin Susi. Das ist mein Dinner. Du bist gerade richtig, um dir zu zeigen, wie wir das hier alles handeln und so. Das ist unser erster Kunde des Tages. Du musst warten, bis sie, äh, äh, ausgesucht haben. Now click on the customer to walk over and take their order. Okay. Ah, jetzt ist er fertig mit Aussuchen und etwas. Hey, gut gemacht. Ja, du hast, äh, hier, ne, Burgerpizza. Click on the dinner to give the order to chef. Okay. Alter. Äh, da wollte ich, glaub ich, Burger und Pizza oder was? Big City Burger. Click the items you want to. Einmal und eine Pizza. Cool. Well done, Chef. Anders noch weniger für... Ja, und er sagt uns Bescheid wann... Okay, das ist der rote Kreis. Alter, sieht da komisch aus. Your order is ready. Ja. Take das doch. It's done. Click on the dinner again. Alright, our orders that are ready to take. Ich hab's verstanden, glaub ich, wie das funktioniert. Oh Gott, wir sind so ein Lauf, Junge. Der... Uff, wir müssen noch die Coins collecten, ein bisschen das kleं soной Hand selbst! Ja, das ist sehr logisch! NICHT! Ok. GUT. Ja. Ok... Ja... Ok... Ja... Ok, ja... von hier kannst du order more stack and see how much you have left, simply click as many items as you need to order, then click order, try it. Good job. Ja und die Lieferung kommt bald. Ja ist okay. Oh man wieso sind Tutorials immer so ab? Alter was, wie, was, der fährt mit dem halben Arsch in das Haus? Ja, ja ist okay. Tag 1, Alter was in der fucking Music hier. Ja Besuch hast du ausgesucht. Burger zweimal und ein Shake, alles klar. Dann kriegt er zwei Bur- warte stopp. Warte stopp, stopp, stopp. Wir holen erstmal die Bestellung hier ab. So, vier Burger und zwei Shakes brauchen wir. Das ist doch eine gute Sache. So, Burger. Vier. Und... Äh... Okay, der kann nur drei Sachen gleichzeitig machen. Ist das dein Ernst? Und was hab ich dann den angesprochen? Wer muss da denn kochen? Ja ist in Ordnung, fick dich du kleiner Wichser. Das muss doch erstmal gekocht werden hier. Ja man. Bring das mal da... Bring das doch doch mal dahin. Alter. Dein Ding ist doch nicht mal fertig. Ich geh nach Hause, Mann. Ah, dauert das lang. Ja. Was ist das für ein schlechter Koch, der nur eine Sache gleichzeitig machen kann? So der wollte zwei... Ja, ist okay. Und ein Shake. So, guck jetzt mal. Der frisst doch. Das heißt, komm, kein neuer... Kunde. Ah, guck mal. Das ist belegt. Das ist gut. Aua. Brauchst du zu lang zum kochen. Hier. Ah, ist das umständlich. Leck mich fett am Ass. Ja, ich weiß, dass alles okay ist. So, wir nehmen mal das Geld hier. Warte mal kurz, bis der kommt. Ja, ich weiß, dass alles okay ist. Target reached. So, was haben wir noch? Dann sollten wir vielleicht aufstocken. War das schon der erste Tag? Zwei Kunden. Aua. Level clear. Alter, man kann die Customer sogar losten hier. Train up your Chef and he'll cook your orders twice as fast. Oh Gott, ich kann mir ja nichts davon leisten, wenn wir... Oh, 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 oh. Okay, 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 okay. Today's Target. 240. Gehen wir da schon mal rüber. Burger und Shake, okay. Kommt jetzt noch ein zweiter. Jawoll. Burger und ein Shake. Guck mal. So. Der will nur ein Shake. Und er will Pizza und ein Shake. Gut, dann gehen wir mal da hin. So. Eine Pizza und zwei Shakes. Shakes haben wir gebraucht, so weit ich mich erinnere. Shake, Shake Pizza. Ja. Und cook. Und das taken wir. Und das bringen wir zudem. Ja, ich bin doch schon auf dem Weg, du kleine ungeduldige Sau. Enjoy your meal. Genau. Oh, ich kann wieder da. Ich krieg... Your order is ready. Ja, ist okay. Pizza... Oh, warte mal. Oh, okay, okay, warte mal. Ja, du kriegst bisschen was mehr. Nein, du... das ist für dich. Nein. Wieso essen die Pizza? So, ich muss jetzt Pizza und Shake machen. Ah, jetzt habe ich... Jetzt habe ich was verschenkt. Das gefällt mir nicht. Pizza und Shake. Los. Ich dachte, wenn er das guckt, ich kann das irgendwie sortieren oder so. Keine Ahnung. Ah, was ein Bullshit mal wieder. Pizza und zwei Shakes. Okay. Ja, ich bin doch auf dem Weg. So. Pizza. Pizza. Und zwei Shakes. Guck. Und das nehmen wir mit. Und das geht da hin. So, jetzt ordern wir hier noch schnell. Burger zweimal und Pizza. Okay. So. Pizza einmal und Burger zweimal. Das taken wir mit uns. Und er soll gucken. Und dann da hin. Und jetzt müssen wir Shakes ordern. Oh, es wäre schlau ge... Fuck. Gut. Gehen wir schnell da hin. Und von euch, das Zeug ist ja fast fertig. So. Ich hole, ich hole, ich hole. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gemacht. Oh, Speed Bonus habe ich bekommen. Hast du es gesehen? Hast du es gesehen? Hast du es gesehen? Oh, da kommt schon der LKW. Okay. Gehen wir mal Geld aufsammeln. Target reached. Ey, wir haben sogar ein bisschen mehr eingenommen als... Ja, bis jetzt haben wir schon 25 mehr eingenommen als das Target war. Und jetzt haben wir noch einen Kunden. Was heißt, wir hatten sogar einen Kunden vergraulen können? Ne. Oh, ich habe eine Silbermedaille bekommen. Leck. So. Alter, ich... Jetzt kann ich... Equip your diner with the lightest tunes and make your customers more patient. So delicious hot dogs. Probably made with real meat. Ah, ja. Churn out fresh fried chicken. Sometimes fresh anyway. And stop worrying about ordering stock and upgrade your fridge to store more. Hmm, kann ich mir nicht leisten? Ich kann mir höchstens den Cook leisten, der dann schneller ist. Dann machen wir das mal. Day 3. Okay, 350 Dollar sollen wir einnehmen. Ja, ihr lauft doch schon mal hin, Mädel. Oh, läuft die irgendwie schneller jetzt? So, Burger und zwei Pizzen. Zwei Pizzen, Burger, Cook. So, wie sagt... Was sagt unser... Ich würde sagen, wir ordern mal. Lieber. Lieber. So, was willst du? A Burger. Okay, 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 okay. Moment. Ähm. Du sollst Burger backen. Und Cook. Und wir gehen dahin. So. Jetzt holen wir hier die... Mach's doch schneller. So. Jetzt schnell. Ja, die Order ist ready. Und meine Order ist auch ready. Ich weiß. Okay, du willst nur ein Shake. So. Ein Shake. Gucken. Und das haben wir jetzt mit uns. Und das kriegt jetzt der Kunde hier. Ah. Ey. Bullshit. 25 Prozent. 25 Dollar Bonus. So. Wir holen das Geld später. Das sollen wir taken. Und zu dem bringen. So. Jetzt können wir das Geld holen. Gehen. Was hat hier eigentlich für Zöpfe, ey. Sie sehen fast wie so Ziegenhörner. Warte mal mit dem Geld holen. Okay. Er will zwei Pizzäse, eh ne zwei Burger und eine Pizza. Sie fragen mich, wie viele Leute da im Auto sitzen. Ähm. Ein Ding und zwei von den. Guck. Was sagt unser Stock? Okay, das ist noch in Ordnung so. Oh, da ist noch jemand gekommen. So, du musst zwei Burger backen und einen Shake. Guck, das nehme ich mit. Da laufe ich dahin. Okay, ist noch okay. Nein, wir gehen zuerst hier. Ah, okay, ist okay. Okay, dann take das mal mit dir. Das geht da. Ja, tut mir leid, man. Dieses Spiel ist so behindert. Ich bin nur alleine hier auf dem Parkplatz, verstehst du? Das ist nicht so cool. Burger und zwei Shake. Burger und Shakes. Guck das mal. So lange holen wir hier den Money ab. Oh, wir haben schon unser Target. Das ist doch nice. So, jetzt bringen wir dem das. Oh, das war der letzte jetzt. Okay. Ja, geh doch dahin. Du musst doch nicht warten, bis er alles ausgepackt hat, ey. Oh, da war einfach nur eine Pizza. Der ist ja ganz easy. Pepperoni Pizza. Guck. So, was sagt uns das? Die brauchen wir und die vor allem. So, take das. Wir take noch the money schnell und dann laufen wir zu dem. So, das sollte den jetzt auch mal befriedigen. Ach ja. Oh, Pizza. Alter, was denn heute? Dienstag. Oh, übermorgen gibt's bei uns in einem Lokal richtig gut, äh, günstig Pizza. Und ich glaub, ich geh da wieder hin. Ich liebe Pizza und ich meine Pizza für unter 5 Euro, die nicht mal wirklich klein, kann man sagen, ist. Und eigentlich sogar noch lecker ist. Ey, warum nicht? Meistens bestell ich an dem Abend dann 3 Pizzen, also für mich und, äh, meine Freundin. Und das endet dann irgendwie daran. Ja, ich esse 2 und sie eine oder jeder anderthalb oder so. Was? Wir haben 6 Boni bekommen. Was? Hm. Wir machen mal den Stock als erstes. Okay, heute soll ich mal 420 Dollar verdienen. Okay, geht doch schon mal hin, Mädel. Reiß dich da ein wenig mit deinen Brüsten oder willst du einfach nur einen einfachen Shake? Okay, das, das kriegen wir hin, denke ich. Das kriegt auch der Cook hin. So lang können wir hier dünn dem die Bestellung abholen. Okay, Burger und Pizza. So, das takest du und da will eine Burger und eine Pizza. Guck das mal und, äh, das bringen wir da hin. Oh, die beeilt sich auch, das Mädel. Das finde ich schön. So, äh, nee, da müssen wir zuerst, wir müssen zuerst den, das, oh, 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 vier Autos. Das wird, äh, langsam hier take. So, das, wie sieht's hier aus? Okay, ich müsste, restock mal bitte alles. So, jetzt, äh, gehen wir, ja, 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 ist gut. Burger und Shake. Äh, Burger und Shake, guck das. Und die holt die Bestellung hier mal ab, so lang. Und, oh, äh, Burger und zwei Pizza. Das takes mit und Burger und zweimal Pizza. So, jetzt gehst du hier hin. Ja, enjoy dein Meal, fick dich. Das Geld hier ist weg, fuck you all. Das Geld muss ich auch noch rechtzeitig einsammeln oder was. Komm schon, wieso bleibst du das einmal stehen, Mädel? Dann wenigstens dieses Geld hier. Oh, Bullshit. 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 Fahrst du weg, bitte. Ich will dein Money haben, danke. So, Pizza und Shake. Pizza und Shake, guck das mal. Mal sehen, ob das irgendwie... Ja, ist okay, dann geh ich erstmal hier hin. Kann ich das vielleicht irgendwie sortieren oder so? Irgendwie nicht. Das ärgert mich grad ein bisschen. Hast du was? Nee. Äh. Wieso kann man Orders nicht sortieren? Das nervt mich. Geh mal Geld holen. Ah, heute, das wird nix irgendwie. Ich hab zweimal Geld liegen lassen oder so. Ja, ich weiß. Was willst du? Warte, du willst ein Shake. Okay. Weg damit. Weg damit. Warte. Moment. So. Guck das. Das taken wir zudem. Wieso muss ich da mal stehen? Du bleine Behinderte. Blei, geh doch weiter. Ja, Order is ready. Ist okay. Ja, ist okay. Du willst n Burger? Guck das. Wir holen zuerst das Geld. Das ist grad wichtiger. Das ist grad wichtiger. Das ist grad wichtiger. Ja. Ja. Aber die braucht auch immer so lang. Okay. Burger und Pizza. Burger und Pizza. Ja, genau. Ja, genau. Du musst eure Bestellung hier aufnehmen. Okay. Geh da. Mach doch. Mach doch. Oh fuck das Geld. Oh fuck. Jetzt hab ich mein Spielzeug fallen lassen. Ich hab mit so einer komischen Klammer oder so gespielt. So. Ein Burger und ein Scheck. Guck das. So. Geh da hin. Hol der Money hier. So. Jetzt gehst du zum Koch. Holst die Bestellung von dem. Wir brauchen nur nen Burger. Back den bitte. So. Jetzt da hin. Oh. Hey. Das ist doch zeitlich überhaupt nicht machbar so wie ich es gerne machen würde. Weiß ich mein. So. Gehen wir mal zu dem. Der hatte schon. Jetzt gehen wir zu dem. Jetzt holen wir das Geld. Und jetzt geben wir Burger und Pizza. Pizza und Burger. Bitte gucken. So lange holen wir jetzt das Geld. Dann holen wir die Bestellung ab. Lassen die gucken. No order is ready. Your order is ready. So. Devil von Island. Guck das bitte. So. Und jetzt da hin. Ja. Ich weiß der Burger ist okay. Ich weiß dass die Pizza okay ist. Mir ist das alles wohl bekannt. So. Jetzt holen wir erstmal hier die Order. Und jetzt holen wir erstmal die Order. Die Order. 1886. Ich hohoho. Hier die fetzigen Wortspiele rausgeholt. So. Wir holen erstmal das Geld. Holen schnell die Bestellung. So. Jetzt können wir das machen wie ich möchte. So. Eine Pizza. Eine Burger. So. Bring das da hin. Okay. Wir haben unser Target gereached. Das ist doch eine feine Sache. Jetzt holen wir die Bestellung von dem. Oh. Unser Ding ist. Was? Drei Pizzen. Alter. Was ist das? Ist das ein Familienfressen oder was? So. Zu dem jetzt. So. Take. Wir wissen nicht was der essen möchte. Wir wissen nicht was der essen möchte. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Komm schon. Haben wir Bohnen? Wir bekommen Bohnen manchmal. Komm lauf zu dem rüber. Okay. Da will Burger und Shake. So. Dieses Geld holen wir. Burger und Shake. Burger und Shake. Guck das bitte. So lange holen wir hier das Geld. Jetzt gehen wir zurück. So. Und der will Shake und Burger. Guck. Ah. Fuck. Hätte ich gar nicht machen müssen. Ich Idiot. Hm. Das war dumm. Ja. Ich kommt in den Müll. Das war dumm. Das war dumm. So, bitte geben wir mir Geld. Danke schön. Beähren sie uns bald wieder Sie hungriger kleiner Karrie. Alter. Wir haben so viel Money gemacht. War ich so gut. Machen wir mal Hot Dogs. Okay, so, dann haben wir was im Stock. Ja. So, gehen wir mal dahin direkt. Burger und zwei Hot Dogs. So, kaum hat man Hot Dogs im Programm. Da kommen sie wie die Mücken an. Burger und zwei Hot Dogs. Dankeschön. So, lang gehen wir jetzt zu dem und holen seine Bestellung. So, dann gehen wir da hoch. Da will nur einen Burger haben, mehr nicht. So, ein Burger bitte. Guck das. Dann nehmen wir das so lang und laufen zu dem. Das Problem ist dieses Stehenbleiben hier. So, jetzt gehen wir zu dem. Eine Order holen. Jetzt gehen wir hoch. Holen einen Burger und drei Hot Dogs. Soll der kochen. Dann gehen wir so lang zu dem. Dann holen wir jetzt den Money. So. Der soll jetzt schnell bestellen. Jetzt können wir hier hoch. Der will nur einen Hot Dog. Okay. Das bringen wir mal schnell zu dem. So, gleich kriegst du blauer Mensch auch dein Fude. Ne? Ich versuche das gerade immer so zu machen. Alter, die wollen ja fast nur Hot Dogs. Das gibt es doch nicht. So viel Hot Dogs. Drei. Okay. Guck. Das nehmen wir mit. Zudem. Speed Bonus. Erneuer ich ein bisschen Musik mache. Haben wir jetzt Speed Bonus die ganze Zeit oder was? Hast du schon ready, man? Hey, Koch du. Du machst ein bisschen zu schnell hier alles. Zwei Pizzen. Das taken wir mit. Und Pizza, Pepperoni zweimal bitte. Dankeschön. Und ab hier hin. Nimm seine Bestellung auf. Vergiss das Geld nicht, Mädchen. Okay. Ich will nur einen Shake. Einen ganz simplen Milchshake. Der Shake ist hier. Das taken wir mit. Und cook. Und zudem. Ja. Er hat uns Geld da gelassen. So. Sammeln wir schnell auf die 60. Alter, 60 Dollar für drei Pizzen oder was das war. Für drei Hot Dogs. Oh, der will ein bisschen was mehr haben. Also den Shake nehmen wir mit. Der will einen Burger, eine Pizza und eine Hot Dog. Bitte. So, der mit dem Shake kommt da hin. Ja, Mädchen muss noch warten, bis es da... Gut. Dann bringen wir dem mal seine Großbestellung. Taken wir mal mit. Auch wenn das jetzt nicht ganz optimal war. So. Ja, ist okay, Mann. Das da immer so lange braucht. Das hasse ich. Okay, wir haben unser Target gereached. Die letzten zwei Kunden sind jetzt quasi Bonus. Ah, ich hätte jetzt am liebsten vier Shakes auf einmal gemacht. Aber nein. Das geht ja nicht. So. 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 SoT nix. So. So. Oh, okay. So. Was, 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 was? Ah, noch kein Brot von. Okay, dann krieg ich ihn mit. So, 6,5 Konz soll man tun. Okay, gehen wir mal zum schwarzen Limousin. Zwei Burger. So, koch das bitte. So, dann gehen wir seine Order holen. Hotdog und ein Shake, okay. Das nehmen wir mit. Und der wollte ein Shake und ein Hotdog. Guck das bitte. So, da hin. Ja, ich weiß, das war perfekt. Da brauchst du mich nicht zu loben für. So, die Order ist perfekt. Zwei Chicken. Das nehmen wir mit. Und zwei Chicken bitte kochen. Tada! So, erstmal the money holen. Bestellung holen. Alter, die ist gerannt kurz. Äh, Chicken und was? Shake. Ich hab zuerst Sarke gelesen, deswegen war ich so verwirrt. Ja, komm, geh da hin. So. Das nehmen wir mit. Was will der? Burger Chicken Pizza. Burger Chicken und Pizza. Dann gehen wir jetzt. Oh nein, 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 nein. Was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Ja, ich... Geh doch da hin, Mädchen! Dammit du Kocke, ey! So, Pizza und Shake. Pizza und Shake willst du? Gut. Das taken wir so lange zudem. Der wird jetzt halt bevorzugt behandelt als erstes. so, so, geh doch hin ja so, du willst Burger, Chicken und Hot Dog und das taken wir zudem nein, nein, nein nein dieses Spiel was soll man damit was soll das take das mal hier und zack so, hat der Koch jetzt eine Mini-Pause ob er die verdient hat, weiß ich nicht so, jetzt sehen wir noch ja, ist okay, ich komme doch so, geh da hin Hot Dog und Burger was sagt der Stock okay, ist in Ordnung Hot Dog und Burger wollte der, guck ach, das war das ist so scheiße, wisst ihr das Hot Dog so, dann hole ich mir über dem was weißt du, ich hätte jetzt einfach diese ganzen ich hätte jetzt drei Burger produziert, ein Hot Dog und eine Pizza auf einmal hätte ich das einfach richtig gemacht, aber nein das ist so oh, ist das das tut mir in meiner kaufmännischen Seeleere irgendwie richtig weh einfach verstehst du? also so richtig das ist so richtig schmerzhaft Burger und Pizza das take mir mit, guck dass du zurechtkommst so und der letzte wollte nur einen Burger oh guck das schon mal zack ja, tut mir leid, tut mir leid, der Koch ist etwas behindert hier hast du deinen Burger ich hab manche Bestellungen bei McDonalds wenn genauso hergestellt ey wobei es gibt ja mittlerweile McDonalds, wo man so eine Nummer ziehen muss und ich glaub bei denen, äh, könnte ich mal vorstellen dass das ein bisschen, ähm, besser vonstatten geht weil dadurch kommen in kürzerer Zeit mehr Bestellungen zusammen und damit kann man ja den Produktionsprozess, äh, optimieren wenn halt, wenn es heißt, äh, 5 Cheeseburger und nicht nur 5 mal 1 Cheeseburger in 5 Minuten sondern irgendwie in einer Minute 5 Cheeseburger da kriegen 5 Kunden fast gleichzeitig, äh, ihren Cheeseburger und es werden direkt alle so produziert, die man halt braucht, sozusagen ja, und was soll ich jetzt machen ich hab jetzt 1400 noch was Geld ich würd sagen, wir haben das Spiel quasi durchgespielt wir haben alles gesehen da bist du auf, dass, äh, der Parkplatz mit 6, äh, Dingern da, ne du weißt schon, was ich mein, ähm und, was ich dir heute dran war vitesse ich Menschen